so ja eigentlich wollte ich jetzt freundschaftsspiel starten aber 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 mir fällt da noch eine kleinigkeit ein wo ich gerade mal nachschauen will und zwar wir sind ja hier kräftig dabei beim jugend scouting schulprojekt ja wunderbar und schicken wir dann mein soto man ja das muss man natürlich weiterhin per hand machen ganz klar hier kleinfeldturnier beobachten machen die natürlich von sich aus dafür haben wir sie ein paar mal an zugeteilt ich bin gerade am überlegen ich wollte eigentlich wollte ich mich umgucken und zwar wie heißt denn der noch mal kloppte ich geh mal auf den namen ich habe einen entdeckt wo ich gesagt habe wow geil musste musste zuschlagen so bayern team zweite mannschaft reda kennt man riedmüller vielleicht schon gehört so und irgendwo ganz hier unten müsste eigentlich ist aber nicht mehr ha 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 oder ist er noch jugendmannschaft nee da ist er ach du lieber himmel in der b-jugend in der b-jugend von bayern münchen ist er der reif husig den euch gerade eben in der zweiten saison die ich zock bei waldhof mannheim gekauft als ersten torhüter weil der wahnsinnig gut also wahnsinnig talentiert ist und so weiter und der entwickelt sich bei mir gerade auf die 60 hin wohlgemerkt ich spielt dritte liga und haben torhüter damit man 60 stark hat einfach nur wegen der entwicklung gut nee das macht da noch keinen sinn den zu kaufen der ist dann noch zu weit weg vom schuss wir müssen uns allerdings wirklich gedanken machen wie wir die mannschaft verbessern können noch nur mit training allein wird es vermutlich nicht funktionieren wir können die erstmal aufstellen der scheint momentan ein bisschen besser in form wie zabbauvnik ja es ist großes rätseln bei mir weil wie gesagt ich springe ja von äh spielstand zu spielstand hin und her und das ist doch sehr 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 verwirrend so ein ganz klein wenig verwirrend zumindest so jetzt machen wir erstmal hier das freundschaftsspiel in 3d natürlich das machen wir zu hause chicago feiert zu besuch bei uns und wir wollen ein akzeptables ergebnis sehen denn es ist ja freundschaftsspiel ja das ist so eine sache mit der entwicklung von so einem kader also ich meine wir können natürlich den kader von mainz 05 so wie er jetzt besteht versuchen nach vorne zu pushen übrigens auch mal wieder eine anekdote aus meinen privaten spielständen was ich da erlebt habe ähm unser kollege hier der äh ähm kari jury der wechselt ja zu eintracht braunschweig so eintracht braunschweig ist im fußballmanager 13 äh eine zweitligamannschaft und die sind dann in echt ja aufgestiegen zum jahresende in die erste bundesliga und dann ist er dahin gewechselt jetzt haben wir mit realistischen transfers und so weiter das heißt der wechselt dahin interessant ist jetzt aber sorry dass ich so lachen muss in meinem anderen spielstand vom fußballmanager 13 im privaten ist eintracht braunschweig abgestiegen und dadurch dass sie abgestiegen sind und der dorthin gewechselt ist spielt kari jury jetzt dritte liga das ist schon naja weiß ich nicht was ich dazu sagen soll so ja ich bin am überlegen wie wir es machen es gibt verschiedene möglichkeiten eine mannschaft zu verbessern es gibt einmal die möglichkeit wir versuchen alles loszuwerden was uns irgendwie stört und alles mögliche einzukaufen was talent hat und was taugt das ist die eine möglichkeit dann haben wir nächste saison eine neue mannschaft oder wir versuchen zu halten was geht von der mannschaft die wir haben und machen jede saison einen guten transfer wo wir dann versuchen uns punktuell zu verbessern so wie das halt im richtigen fußball auch ist also ich meine da werden ja auch nicht immer zehn spieler pro saison gekauft sondern da gehen zwei und dann werden zwei ersetzt und dann hat man vielleicht noch eine dritte position wo man dann sagt okay dafür müssen wir jetzt noch einen kaufen weil wir hätten da ganz gern noch einen extrem viel besseren äh ja wahnsinns reaktionszeit hier bei wettklo zum glück kommt er vorm stürmer anball ja irgendwie ich bin mir da nicht so sicher die jungs sind nicht so frisch ich hab mal reingeguckt bevor wir hier die aufnahme gestartet haben frischemäßig sind die nicht ganz so gut dabei da sollten wir vielleicht langsam mal anfangen umzustellen damit die jungs sich mal ein bisschen erholen können mein training ist wichtig aber man muss auch nicht übertreiben ich bin auch gerade am überlegen was hier die ganze zeit zurück das ich bin im hintergrund zwar im runterladen von was aber am runterladen dürfte eigentlich nicht ruckeln ja verstehe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich so schönes freistoßtor hier von wer hat's gemacht Andreas Ivancic ja allein das wäre vielleicht ein grund sogar seinen vertrag zu verlängern wenn er denn bleiben will so wettklo kommt hier raus hat den ball da hat ja auch jemand geschrieben wettklo wäre schlecht oder so keine ahnung und ich soll den nie ins tor stellen ja der müller ist ja verletzt also wir haben ja momentan keine alternative karius ist stärke 60 also auch nie wirklich eine alternative der müsste ja ab 70 oder so wäre interessant so jetzt adam salai noch ein 2 zu 0 hat auch gedacht der versenkt immer flott ja stadion ist extremst leer irgendwie interessiert sich keiner für chicago fire ja wirklich mal wenn ich von die spielstärke von chicago fire anguck zweite dritte liga rum die meisten spieler tauglich ich würde da jetzt nicht direkt irgendeinen spieler sehen wo ich sagen würde jawohl ja mit dem können wir mal reden dass er vielleicht zu uns kommt so die ist aufgepasst köpft aber dummerweise mal wieder in die mitte haben die irgendwie alle so das problem also innenverteidiger und außenverteidiger beim fußballmanager haben so irgendwie die problematik aber das ist ja selten dämlich was die da machen ist ja gar nicht abgestimmt hier hinten die haben so die eigenart die köpfen immer ins zentrum wo da meistens ein stürmer steht der sagt hey danke für den ball ich sag mal warum ruckelt das denn so hier gibt's ja nicht ich bin noch gar nicht mehr am rennen dann im hintergrund ich privat zock dann rennt er ich manchmal im hintergrund läuft stabiler wie gerade eben hier keine ahnung warum so freistoß in die mauer zweiter ball bleibt auch hängen am verteidiger dritter ball geht auch wieder zurück so ja also hier wie gesagt 67 und so vollgelegt volle kanne ja vielleicht können wir ja okumak kaufen von hülz der ist ja gut der jung und vielleicht können wir ja auch kai kaufen hans kai goal getter number one oder number uno was mich so ein bisschen kirre macht gerade im moment ist dass das hier ruckelt also ich hoffe nicht dass da gerade irgendwas im hintergrund nicht passt und nach der aufnahme sozusagen mir hier der fußballmensch wieder abstürzt hat er manchmal so anwandlungen dass er einfach abstürzt obwohl er schon stabiler geworden ist seit ich die umstellung da gemacht habe so die haben die gleichen probleme wie wir die haben auch zweiten ball dritten ball und alle gehen wieder zurück so befreiungsschlag kommt aber auch postwenden wieder zurück ja das system gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht so ich spiele nicht gar mit einem stürmer ich weiß nicht warum ich bin so ein fan von zwei stürmern da vorne drin ich habe die komplette dortmund der mannschaft umgebaut in meinem privaten spielstand nur dass ich mit zwei stürmern spielen kann das ist total krank aber ich stehe auf zwei stürmer ist halt so philosophiesache ne so rechte seite ist komplett gelb eingedeckt was machen wir mit denen ja wir müssen mal so ein paar leutchen müssen wir mal bringen die müssen erfahrung sammeln ähm karius bell mali edi wen haben wir noch der jung ist sonst kein oder ja lasst uns genauso weitermachen fügt sich alles zusammen sagen wir schön und dann machen wir mal hier ein bisschen mecker 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 motivation 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 und dann gehen wir wieder raus auf den platz wie immer und dann sollen die anderen mal ein bisschen spielen und mal ein paar junge leute ran lassen hier dass die sich auch mal ein bisschen entwickeln können ja es gab ja mal wieder so ein paar diskussionen unter einem von meinen videos von wegen im 3d modus würde ich ja sowieso meister werden sogar im vfp hüls und so ne weiss ich nicht ich hab vorhin mit waldhof mannheim die sind aufgestiegen die dritte liga hat die mannschaft ein bisschen umgebaut hab sie sogar verstärkt und ähm hat mein erstes spiel verloren am achten spiel tag also es geht hab ich 4 1 verloren ist nicht so dass man im 3d modus nur gewinnt gibt es auch tage formation oder sonst irgendwas wo es einfach nicht laufen will dann verliert man halt auch mal so mali und ball ist weg hm einwurf für chicago fire ja ich bin wie gesagt ich bin immer noch am überlegen was wir mit mainz machen sollen die mannschaft wie wir sie jetzt haben wir haben ja nur 5 millionen transferbudget also die wird sich im großen und ganzen erstmal nicht ändern es stehen ja auch noch transfers an zum saisonende hin und zur saison mitte hin da werden wir dann auch erstmal nix dran ändern weil was bekriegen kriegen wir ja eh ob wir wollen oder nicht können wir nicht sagen achso ne den transfer haben wir uns anders überlegt den geben wir zurück sind ja hier nicht im einzelhandel das ist fußball vertrag ist vertrag ne so und ui schöne freistoßposition mal gucken wer den schießt wenn die wandschitz nicht mehr auf dem platz ist und soto macht die dann und macht die rein ja soto bleibt uns hier erhalten glaube ich zumindest ja also ich mach mir da schon so meine gedanken wie wir den kader hinkriegen also nur mit ausbilden ich meine da sind einige dabei die sind so alt die brauchst du gar nicht mehr ausbilden da ist nichts mehr auszubilden die stehen kurz vorm fußballrente alter wie auch immer andere wechseln zu anderen vereinen und ja wir müssen uns mal gedanken machen wie wir den kader den wir haben vielleicht ausbilden können wir müssen uns mal gedanken machen wen wir uns noch holen den wir ausbilden wollen und müssen uns mal gedanken machen wen wir holen können den wir direkt einsetzen können und das war ein stürmerfaul ganz blöd ja 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 so hier ist kräftige wechsel am start und irgendwie keine ahnung frame drops ohne ende nicht tier drops sonnen frame drops So, jetzt aber hier Mali schön in die Spitze hier auf Salai Salai, was spielt er denn ab? Da muss er natürlich halten, man muss damit gehen So, da kommt die Flanke Müller kriegt ihn irgendwie zweimal auf den Fuß und dann macht er einfach mal rein Ich meine, ich verzichte ja momentan absichtlich in dem Let's Play auf meine ganzen ja, Hints, die ich so habe Ich könnte mir hier ja eine Bejugend zaubern da wird mich jeder Bundesligist in der Fußballerwelt für beneiden Aber das haben wir diesmal nicht vor sondern auch da will ich eben nur nehmen was meines Scouts entdecken und will dann langsam an der Jugend arbeiten Dann haben wir noch die zweite Mannschaft die natürlich auch noch spielt Das wollte ich gerne umstellen auf eine reine Ui Ich sag mal, was sind denn das für Frame Drops? Das bleibt ja richtig das Bild stehen Also ne, so geht das nicht Ist das jetzt wegen dem Wechsel ein oder was von denen? Kann das sein? So, Karius greift sicher zu Ja, also ich meine auch die zweite Mannschaft will ich als reine U23 sehen Also da werden wir auch mal gucken dass wir alles aussortieren was älter ist wie 23 Und was es nicht geschafft hat Na super Ja, und was es dann eben nicht geschafft hat Mit seinem 23. Lebensjahr Vollendung Also sprich, wenn er 24 wird bei mir in die erste Mannschaft aufzurücken der wird hergegeben und ausgetauscht gegen irgendwas Junges Die zweite Mannschaft dient mir sozusagen als reine Ausbildungsmannschaft Und als U23 Die U19 ist unsere A-Jugend Ganz normal, wie es eben so ist Auch da werden wir gucken dass wir da vielleicht Talente ranziehen können Und ja Von der B-Jugend bis in die erste Mannschaft gucken, dass wir so viele wie möglich da heranführen können Als Bundesliga Ausbildungsverein So sehen wir uns einfach mal Und wir wollen, wenn möglich Natürlich internationales Geschäft Weil das bringt viel Kohle Und Kohle können wir gut gebrauchen Und Mainz ist auch kein Karrierespielstand Also ich weiß nicht Irgendjemand hat geschrieben Es wäre nett, wenn du Mainz ein bisschen länger und so weiter führen würdest Also wir haben ja Hüls Und Hüls ist mein Trainerkarrierespielstand Und Mainz habe ich jetzt mal angefangen zu zocken Und da habe ich ja einen Vertrag Und den will ich auch erfüllen Ich glaube, der ist zwei oder drei Jahre lang Und dann schauen wir einfach mal Also ich meine Ich habe ja nicht ohne Grund Mainz ausgewählt Ich habe gesagt Die Mannschaft bei mir vor der Haustür Will ich mal gucken, was wir aus Mainz machen können Ich meine, ich will auch gucken, was wir aus Hüls machen können Aber das ist halt natürlich Mit einem Regionalligisten nicht ganz so einfach Also den bis in die Bundesliga zu führen Das kann ein paar Folgen dauern So, Torwiederholung wollen wir nicht sehen Irgendwie, keine Ahnung Spackt ein bisschen rum So, Karius mit einer 3,0 Ist nicht gut für seine Entwicklung Mali mit einer 4,5 Ist auch nicht gut für seine Entwicklung Bell mit einer 3,5 Ist auch nicht so prickelnd für seine Entwicklung Ah, der Gegner war schon ein bisschen harter Interessant Chris Rolfe Linker Mittelfeldspieler Stärke 65 450.000 Euro Wenn es vom Alter her passen wird Wäre der interessant für die zweite Mannschaft Ah, ja, 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 ja So Baruch Schellona Gündogan Kommt vom Meister Ist übrigens interessant Ich hab ja Hüls Waldhof Koblenz teste ich grad was Und Hier Mainz Auf dem FM13 laufen Und Also ich weiß von Koblenz Und ich weiß von Waldhof Mannheim Und von hier Mainz 05 Weiß ich Dass Gündogan zum Bayern Also zu Barcelona geht Also es ist irgendwie schon interessant Äh Dass die KI sich da Permanent entscheidet Oh Ja Man will Mali kaufen Äh Der möchte aber gern bei seinem Verein bleiben Also brechen wir die Verhandlungen ab Weil wir wollen ihn auch ganz gern behalten So Parker ist wieder fit Sehr sehr schön Wir kriegen neuen Hintergrund Wir haben schon mal ein bisschen Geld gemacht Wo auch immer her Ähm Scouting abgeschlossen Von Red Bull Salzburg Warum haben wir die gescoutet Achso Weil wir die alle scouten Um Talente zu finden Die wir kaufen können Oh Forza Äh Ja Da merkt man doch direkt Äh Wer da Was zu melden hat Wenn der von Hoffenheim Nach Salzburg Wechselt Zu Red Bull Ja ist natürlich ein interessanter Kandidat 73er Stärke Wird in die Mannschaft passen 24 Jahre jung Gut talentiert Könnte man was draus machen Aber ich glaube wir haben das Geld nicht um den zu kaufen Er hat mittlerweile Für was ist er dorthin Für 4 Millionen Ja vielleicht könnte man den auch so Aber er hat das ein Spiel gemacht für die Werden sie so schnell nicht hergeben Gehe ich mal von aus îl to